Hallo ihr Pyro-Verrückten und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei uns auf Hyperframes. Ja, was habe ich heute für euch? Mal ein Leuchtfeuerwerk und zwar habe ich von Leslie die Event Torch Red. Und jede Torch hat 20 Gramm NEC, also 40 Gramm NEC gesamt. Ich würde sagen, wir testen die mal. Ich versuche die mal an diesen tollen harten Boden reinzustecken. Ja, versuch mal. Ja, ich versuche mal. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video und sage, los geht's! Ja, ich versuche mal. Ich habe jetzt vorhin gesagt was dazu. Rot. Rot, okay. Rot und viel Qualm. Und sehr schön. Ja. Schöne Brenndauer, oder? Ja, wunderschön. Geht auch bestimmt schon. Na ja, also muss man so, na gut, ziehen wir 10 Sekunden ab. Ja, so ungefähr 50 Sekunden haben wir jetzt. Nicht schlecht. Ja. Also da kann ich nur sagen, ganz klare Kaufempfehlung. Das war sie also, die Event Torch Red von Leslie Feuerwerk. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns bitte einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar. Und wenn ihr neu seid, vielleicht sogar noch ein Abo. Der Bad Boy und meine Wenigkeit würden uns natürlich sehr freuen darüber. Wir sagen Tschüssi und bis bald zum nächsten Video. Euer Hyperframes. Und der Bad Boy. Tschüssi. 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 Tschüssi.